Einen schönen kalten Abend, die Herren. Ich bin Dr. King Schulz. Was denn für ein Doktor? Zahnarzt. In Ihrem Bestand befindet sich, wie ich höre, ein Exemplar, das ich sehr gerne erwerben würde. Wie heißt du? Schengau. Dann bist du genau der Mann, den ich suche. Hey, unverkäuflich. Ja, und wenn das so ist? Wenn ich du wäre, würde ich mir den Wintermantel da holen. Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, umso höher die Belohnung. Ich suche die Brittle-Brüder. Wie die aussehen, weiß ich. Sie haben meine Frau verkauft. An wen weiß ich nicht. Du hilfst mir. Ich schenke dir die Freiheit und wir ziehen los und retten deine Frau. Wohin gehen wir? Voll ins Schwarze. Kommen Sie zu uns, wir haben gerade einen Kampf laufen. Das ist ein hübscher Spaß. Coco, versüß mir den Tag. Du bist also wirklich frei? Ja. Sagt los, du ziehst dich freiwillig so an. Was für ein Zahnarzt bist denn du? Danone weg oder ihr seid tot. Gefällt mir, wie du stirbst, Junge. Meine Herren, Sie hatten bereits meine Neugier geweckt. Jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit. Wie heißt du? Schengel. Das D ist stumm. Haha. Okay! Okay! So.